Fass es nicht. Sag mal, willst du eigentlich, dass ein Netto jetzt eine Stunde später aufmacht? Habe ich wohl gehört, aber ich kann es meine Meinung dazu mit einem Bild ausdrücken. Reicht das? Okay, warte. Winterferien in Borkheide. Hallo Borkheide, hallo Welt. Halli, hallo. Wir beide wieder, wie immer in letzter Zeit. Und da macht dich besser. Ich bin gut hergeschwommen übrigens bei diesem saumiserablen Wetter. Aber Lutze kümmert sich ja nebenbei schon um ein Gefährt für uns. Und zwar seht ihr das hier. Ja, hier ist unser neuer Dienstwagen von Borkheide News TV. War nicht gerade billig gewesen, aber wir danken natürlich der Gemeinde und den Mitgliedern, dass sie uns mit Spenden geholfen hat. Geile Karre, ne? Ja. Und wenn ich mir richtig überlege, kümmerst du dich mal bitte um ein U-Boot. Ich glaube, damit kommen wir jetzt viel besser durch. Ja, aber wir können hinten drin schlafen. Matratze denn? Hast du die Länge vermessen? Ja, passt. Matratze. Borkheide on Tour. Borkheide News TV on Tour. Wir müssen heute ein bisschen schneller machen, Lutze. Wir haben viele Themen. Genau. Wir haben lange Videos heute. Da müssen wir uns mal ein bisschen beeilen. Und zwar lostanzen, weil Ferien sind. Winterferien sind. Kein Schnee. Du bist schuld. Wie immer. Lostanzen bei Nadine Hoffmann. Und zwar in den Ferien. Und zwar am 5.2. im Mehrgenerationenhaus in Brück. Von 16 bis 16.45 Uhr. Kreativer Kindertanz. Drei bis vier Jahre. Und von 16.45 Uhr bis 17.45 Uhr. Kinderballett ab fünf Jahre Teilnahme. Diesen Mittwoch kostenlos. Viele Grüße von Nadine. Und ihr könnt hier schon mal schauen bei www.lostanzen.de. Und ich wollte Matze auch hinschicken, aber der findet sein Tütü nicht. Aber wir haben uns schon mal angemeldet. Wir haben uns schon mal angemeldet. Nun, aber leider nicht beim Lostanzen, Matze. Ja, das geht nun. Ich bin zu jung und du hast, wie gesagt, dein Kostüm nicht hiervon. Aber wir haben mal ganz kurz das Fliegerheim besucht. Gut. Weil da hört man ja auch viel in letzter Zeit. Große Dinge werfen ihren Schatten voraus. Große, große Dinge, genau. Geräusche, Gerüchte. Aber bevor wir... Ach, lassen wir die selber reden, oder? Genau. Hier. Hört selber. Und seht. So, Matze, du. Sonntagmorgen? Sind wir nicht ganz dicht, oder was? Ja, was willst du denn Sonntag sonst machen? Weißt du was? Wir gehen ins Hotel. Wir gehen einfach mal ins Hotel. Ja? Ins Fliegerheim. Und holen uns ein Bier. Und wackelt es so mit der Kamera. Ich wackele nicht. Das ist total ruhig. Wirst du sehen. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen drauf. Ja, wunderschönen guten Morgen. Sonntagfrüh hier in Borgheide. Wir sitzen hier schon im Hotel, aber nicht, um ein Bierchen zu trinken oder zu essen, sondern... Matze, du wolltest dich anmelden, habe ich gehört. Ich wollte mich anmelden. Und zwar das Thema Wohnungsnot und altersgerechtes Wohnen. Man wird ja auch nicht jünger. Naht. Meine Mütze ist ja ein bisschen vor mir noch, aber der will ja sowas nicht. Der ist da ganz knallhart. Der zieht bis zum Ende zu Hause durch. Man hört es überall in der Zeitung, was zu lesen. Ihr investiert in Mietwohnungen und ihr schafft Wohnraum für Borgheide. Für junge Leute. Auch. Auch, ja. Auch. Ganz junge, 70-Jähriger. Ja, also... Um mal ein bisschen weiter auszuholen. Wir hatten ja die Absicht, den Hotelbetrieb zu erweitern. Darüber gab es auch mal eine Geschichte. Und aufgrund der Tatsache, dass die Personalsituation sehr schwierig wird und viele Dinge dabei eine Rolle spielen, haben wir uns doch entschieden, davon erst mal Abstand zu nehmen, von der Erweiterung des Hotels. Und dann kamen im Laufe der letzten zwei Jahre, kamen die Gespräche hier bei uns auf, dass viele Leute nach Wohnungen suchen in Borgheide. Speziell auch ältere Leute, die sagen, wir haben ein großes Haus und die Kinder sind weggezogen und so weiter. Na ja, und so ist die Geschichte langsam gereift. Und wir haben vor zwölf Jahren das Nachbarwünsche kaufen können und haben dann überlegt, was machen wir damit. Es gab viele Ideen. Und dann haben wir gesagt, na, wir können ja mal horchen. Und dann haben wir uns Berater mit ins Boot gerufen und haben uns dann mal Gedanken darüber gemacht, was wäre denn, wenn. Und so sind wir auf die Idee gekommen, zu sagen, wir bauen da ein Mehrfamilienhaus im Zentrum von Borgheide. Wir haben uns mit den Behörden soweit unterhalten. Wir haben uns hier mit vielen Borgheidern drüber unterhalten. Auch mit dem Bürgermeister und so, wie Sie die Dinge sehen. Und also bisher nur sehr positive Resonanz. Und dann haben wir gesagt, wir starten mal. Wir gucken mal, wie das aussehen könnte. Genau, das heißt, ihr baut ein Wohnhaus, ein Miethaus für betreutes Wohnen, ja. Nein, ich würde es nicht nennen für betreutes Wohnen. Ich würde es so nennen, wir wollen ein Miethaus bauen für 14 Mietparteien, also 14 Wohnungen sollen es werden. Und wir wollen es ordentlich bauen, das heißt, wir werden einen Keller bauen, wir werden Auftüge bauen, wir werden altersgerecht bauen. Das heißt, es ist ein Unterschied und deshalb sagen wir, wir bauen altersgerecht, weil wir eben breite Türen, keine Stufen, ja. Zwei Auftüge kommen rein, alle Wohnungen haben Balkon, Terrasse, alle Räumlichkeiten haben Fenster, dass man also überall Tageslicht hat. Und das Grundstück ist relativ großzügig, dass man draußen verweilen kann und so weiter. Genau, ich stecke ja da als Familie immer dahinter, da würde mich noch interessieren, wann soll das ungefähr fertig sein? Wie ist die Planung? Also die grobe Planung ist, das Bauamt versprach, innerhalb von drei Monaten eine Entscheidung zu treffen. Das wäre dann praktisch im April. Und wenn, alle rollen mit den Augen, das weiß ich, ja, und wenn wir, wenn im April die Wacker anrücken und die Baugrube ausheben, vielleicht haben wir Glück und wir drücken mal die Daumen, könnte mal für Weihnachten fertig sein in diesem Jahr. In diesem Jahr. Das versuchen wir zumindest. Sehr ambitioniert, hört sich nicht nach Flughafen an, auf keinen Fall. Jeder belächelt uns und jeder rollt mit den Augen, aber ich denke, also wenn man, wir haben sehr gute Partner, die mit uns zusammenarbeiten. Die Ideen sind da, wir stecken also voll in den Startlöchern. Mit allen Dingen könnten im Prinzip sofort losliegen. Jetzt kommt es natürlich auf die behördlichen Genehmigungen an und dann, das entspricht dann nachher auch dem Zeitplan, der dann vorgegeben wurde. Es steht noch nicht Flughafen drauf. Nein, es steht tatsächlich Mehrfamilienwohnhaus, das heißt, das ist nicht nur für Rentner, das heißt, wenn möglich, können das auch immer Leute einziehen. Ganz klar. War das wirklich so richtig gewesen? Ganz genau. Okay, das hatte ich tatsächlich bisher anders so im Kopf, aber das finde ich auch wirklich cool. Deswegen sitz mal hier und wenn du auch in die Maul aufgehörst. Und das passiert jetzt gleich neben dem Hotel. Ja genau, neben dem Waldgrundstück hier. Ich sagte ja schon, dass wir alle vor zwölf Jahren dieses Grundstück erwerben konnten und wussten die so richtig, was wir damit machen sollten. Und jetzt ist, wie gesagt, die Idee entstanden vor zwei Jahren, dass wir dann, wir bauen da ein Mehrfamilienhaus und wir haben dann die Planung angegangen, was, wie, wo und wann. Und wir wollen das architektonisch so bauen, dass wir erstens so wenig wie möglich Bäume fällen, das Grünstück soll den Waldcharakter erhalten bleiben. Und dass das Haus auch architektonisch so aussieht, dass auch Leute, die draußen dran vorbeigehen, sich am Anblick dieses Hauses erfreuen können. Also kein Betonklotz und so, sondern mit Kleinigkeiten, die Dinge so erwecken, dass es also ordentlich aussieht. Eine Frage dazu noch, Wohnungsgrößen ungefähr, zwei, drei, Einzimmerwohnungen? Ja, nee, wir haben zwei Zimmer und dreieinhalb Zimmerwohnungen. Also zwischen, ich glaube, ich werde jetzt aus dem Kopf gar nicht so ganz genau, ich muss selber erstmal gucken. Ich glaube, zwischen 65 und 130 Quadratmeter. Ja, das ist schon ganz ordentlich, die Platze. Wir brauchen beide zusammen eine 65 oder brauchen eine 130? Wir gehen nachher zum Vertrag unterschreiben, gleich. Ja, genau. Matze, wir haben noch andere Fragen. Es geht ja auch bautechnisch weiter, wie es ja, ich habe gehört, der Saal wird renoviert. Nächste Großbaumaßnahme? Ja, eine Großbaumaßnahme wurden wir das nicht nennen. Also wir haben vor, endlich mal den Saal zu renovieren. Wird jetzt endlich mal Zeit. Da haben wir auch an Altersgerechte gedacht und wollten. Eigentlich haben wir Plan, den Saal anzuheben. Also weil man ja vom Restaurant in den Saal in zwei Stufen betätigen muss, haben wir gedacht, wir heben den Saal an. Aber wir sind davon jetzt ab. Der Saal bleibt in der Größe. Und so wie er ist, er wird eigentlich nur renoviert. Also wir werden neu tapezieren, neu malern und so weiter, was man eben zu Hause macht. Kommen mir gleich dumme Gedanken. Ich habe auch eine Rutsche runtergedacht. So einmal, okay, wir sind wieder raus. Ja, die Idee war irgendwie so, dass wir sagen, wir wollten eben auch keine Stufen im ganzen Haus mehr haben hier bei uns, sondern alles zu ebener Erde. Aber der Aufwand, den Saal so hoch zu nehmen, wäre einfach zu groß und steht dann gar kein Verhältnis. Nimmt ja auch Raumluft wieder weg, was auch bei Veranstaltungen am Gesamt nicht so passt. Und viele haben auch gesagt, Mensch, das schöne Parkett und so weiter. Wir hätten das nachher wieder so hergestellt und wäre schon alles gegangen. Aber nein, wir haben davon doch abstattiert. Also keine Großraummaßnahme. Wie schnell wird es rückgezogen? Wir beginnen am 24. Februar mit den ersten Malerarbeiten und müssen fertig sein am 25. März. Genau. Gut, das ist auch dieses Jahr weiter mit Veranstaltungen wie Sunday Lunch. Genau. Es gibt weiterhin, der neue Sunday Lunch Leier für 2020 ist raus. Ja. Wird rege mitgenommen und die Leute sind sehr interessiert daran. Und das geht dann wieder ganz normal so weiter. Genau. Und die Daten findet man ja, wie man hier auch eingesendet sehen kann, unter www.fliegeheim.de unter der Website. Und da haben wir noch eine Frage. Und zwar böse Stimmen unten. Silvester, wollt ihr eure Ruhe haben? Es gibt keine Silvesterpartys mehr am Fliegeheim. Das sagen wir jedes Jahr, seit fast 30 Jahren, wenn wir Silvester gemacht haben. Unsere letzte Silvesterveranstaltung war die 30. Silvesterveranstaltung. Das sagen wir immer, wenn wir nach 24 Stunden Arbeitszeit ohne Schlaf ins Bett gehen. Also nächstes Jahr machen wir es nicht. Der Aufwand ist zu groß. Aber ich kann die Baukeiler beruhigen. Und wir werden also in Zukunft weiter. Wir können gar nicht, weil wir haben jetzt schon wieder so viele Reservierungen für Silvester. Das vereinfachtet gar nicht absagen können. Also es wird weiterhin Silvesterveranstaltungen in dem Rahmen gehen, wie wir es die letzten Jahre auch haben. Also schon ausgebucht, so fast. Ja, ich muss mal einmal auf. Guten Morgen. Ja, da ist er wieder, wie man sieht, immer gefragt. Hier ist immer was los hier, auch wenn wir hier mal filmtechnisch unterwegs sind. Er hat vergessen, die Tür zuzuschließen. Ja, der schließt nämlich immer ab, wenn er keine Lust hat. Aber es ist nicht nur bei ihm so. Aber wie man hier sehen kann, steht natürlich die ganze Familie hinter diesen Projekten. Das ist ja nicht wenig. Also ihr investiert natürlich weiter in Baukeiler, was ich total cool finde. Weil es ist eben auch für Baukeiler und das Umgebung. Weil das Hotel ist ja nicht nur für die Baukeiler da, sondern für die ganze Jugend hier eigentlich. Und weiter weg. Ja, das waren ja eigentlich unsere hauptsächlichen Fragen, Matze, glaube ich. Oder hast du noch eine Frage? Wolltest du ein Bier oder Sekt? Ich habe hier gucken, ganz toll, weil Wasser heute immer noch. Ich weiß aber, es gibt dieses Jahr wieder Kürbissekt, ne? Kürbissekt gibt es auch. Gut, das war es erst mal dazu. Also ihr habt es gehört. Hier große Dinge werfen hier den Schatten voraus. Hauptsächlich hier aufs Fliegerheim, weil von da kommt die Sonne. Und wir werden schauen, was es wird und ob es tatsächlich was wird. Und wir Silvester im Neuen Haid feiern. Im Neuen Saal. Im Neuen Saal. Im Neuen Saal. Kommt dann Saal und in den Keller rein? Nein. Nein, kommt nicht. Okay, vielen Dank. Bis später. Tschüss. Vielen Dank euch. Dankeschön. Na, Matze, da hast du aber den Ton verkackt, oder? Ja, Ton ist da drin ein bisschen kompliziert, weil der Getränkekühlschrank so vor sich hin blubbert. Ganz im Hintergrund war noch die leise, dezente Dudelmusik. Und ja, was soll ich sagen? Meine Schuld. Man kann es aber nicht anders sagen, es funktioniert noch im Fliegerheim, denn der Bierkühler läuft noch. Ja. Und Ducksteiner, Bier, Ducksteiner. Ich habe Kaffee getrunken übrigens. Immer noch. Du, ja. Du hast doch gesehen, die Tasse. So, das dazu. Und weil wir schon einmal dort waren. Also wir waren da dort und dann waren wir da. Da. Bip. Bip. Bip, Bip, Bip. Was heißt Bip? Na, Borkheide in Banyul. Borkheide in Banyul. Oder Beck in Banyul. Borkheide, Beck. Bip, Bip, Bip. Also wer sich noch erinnern kann an Marcel Mieker mit seiner Abenteuerreise nach Banyul. Hier gibt es jetzt eine Fortsetzung und wir fangen einfach mal an. Ab Bip hier und zwar am Sonntagvormittag schon wieder in Borkheide unterwegs. Jetzt sitzen wir hier in so einem, ja, Lieferwagen hier. Bip, sagt euch was, ne? Ja. Ja, was sagt uns was. Also erstmal hier vorstellen, wen wir bei uns vor uns haben hier. Ich bin Christiane, Christiane, Warelberg. Farelmann. Farelmann. Mann, nicht Berg. Und Bernd Laufenberg. Ja, ist der Bernd versteckt. Und ja, was habt ihr hier vor mit der Karre? Wollt ihr jetzt Umzüge fahren oder was? Nee. Nicht? Wir wollen damit nach Afrika, nach Gambia. Und dann bleibt das Auto da, wird versteigert zu sozialen Projekten, die dort unten gemacht werden. Und dann fliegen wir wieder nach Hause. Start ist in Dresden. Zwei Wochen, eine Woche. 20 Tage Fahrzeit und dann noch zwei, drei Tage unten in Gambia. Genau. Wie man hier sehen kann, ihr schlaft hier in dem Auto hier unterwegs, also nix mit Hotel oder so. Zwischen und in Mai. Frei, meistens wollen wir eigentlich im Auto schlafen. Und jetzt unten in Gambia haben wir allerdings für die letzten drei, vier Tage, weil ja auch teilweise das Auto dann schon weg ist, ein Hotel gebucht und unterwegs. Wir schauen einfach, wie es sich entwickelt, wie das Wetter ist und entscheiden dann. Genau, ist ja nicht mehr so lange hin. Am 29. Februar ist große Party hier bei uns auf dem Marktplatz. Da ist die Verabschiedungsparty mit euch beiden natürlich, mit Catering, mit Getränken und dergleichen mehr, sodass wir natürlich dort viele Gäste sehen wollen. Und ihr habt das angelegt, der nennt sich BIP hier, ja? Ja, Bokkaide ist back in Banjul und ist eine Anlehnung an Marcel. B2B Racing, hieß ja sein Team, also Bokkaide to Banjul. Und da er ja schon unten war, haben wir gesagt, jetzt ist Bokkaide wieder zurück. Und so sind wir auf BIP gekommen. Genau, also die beiden sind mit dem Auto wieder nach Banjul unterwegs und natürlich, wie ihr gehört habt, war Marcel Mika schon mal dort gewesen, wenn ihr euch noch entsinnen könnt. Das ist jetzt gut über ein Jahr her. Da haben wir mal eine Veranstaltung im Fliegerheim gemacht und natürlich gibt es die Videos noch. Könnt ihr auch bei uns auf der Website sehen, beziehungsweise in unserem YouTube-Kanal. Auch dort findet man noch Videos von dem Abenteuer von Marcel nach Banjul. Und wir werden natürlich die beiden hier, so wie ihr denn können, mit begleiten und werden Infos bringen. Weiterhin natürlich montags immer, beziehungsweise schauen, wie wir das schaffen. Von dem Abenteuer nach Banjul. Und sag mal, wie alt ist die Karre? Ja, die war ja 2002. Ja, und was hat die so für Uhr? 360.000. 360.000 und du hoffst, dass sie noch bis da runterkommt? Plan B, wenn du stehen bleibst? Abschleppen. Abschleppen. Na klar. Du schleppst dann? Legen sie hier. Du ziehst. Genau. Ja, wird spannend. Wie gesagt, wir bleiben am Ball und schauen mal für euch mal nach, wo die beiden sich aufhalten. Wir haben ja Informationen, kriege ich immer von Chrissy. Du bist hier die Marketingchefin von dem... Genau, ich mache ein bisschen WhatsApp. Du machst ein bisschen WhatsApp und wir halten euch auf dem Laufenden, wo die sich rumtreiben in der Welt und bringen das natürlich, ob sie heil ankommen oder nicht. Und wollen natürlich jetzt erstmal sehen, dass wir die Veranstaltung bis zur Abfahrt gut über die Bühne kriegen. Ja? So, so viel kurz dazu. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag. Natürlich am Montag, da ist der Sonntag vorbei. Ihr müsst noch arbeiten bis dahin oder habt ihr schon Urlaub nehmen? Nein, so viel Urlaub haben wir denn doch nicht. So, na dann, viel Spaß und euch einen schönen Tag. Bis nachher. Tschüss. 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 Ja, super. Jetzt mal dazu ganz kurz. Wir bringen natürlich mehr davon. Für mich wäre das nichts. Für dich? Warum nicht? Magst du nicht im Auto schlafen? Ich fahre nicht so weit weg. Ach, du fährst nicht so weit weg. Aber du hast doch ein Reisemobil, oder? Aber ich habe übrigens gehört, mit Hänger darf man nicht. Ach so. Ja. Ja, dann nicht. Ja, also, großes Abenteuer. Und wir schauen, was wir da, wie wir das verfolgen können. Wie schon gelesen, am 29.02. Ab 16 Uhr. Ab 16 Uhr. Auf dem Marktplatz. Ja. Verabschiedung von diesem Fahrzeug mit dem. Bist du auch da? Ich komme mal, wenn du kommst, komme ich auch. Dann gehen wir weiter hin. Mit Chrissy und mit Bernd. Und dann schauen wir mal. Geben wir ein Mikrofon mit. Genau. Wir sind da. Und machen ein Interview. Und dann erfahrt ihr den Rest dazu, den ihr bis jetzt noch nicht gehört habt. Übrigens, ja. Ein paar Spenden würden den beiden noch guttun. Die sind noch nicht ganz satt, glaube ich. Und die suchen zum Beispiel noch so Dinge wie eine alte Gitarre. Walkie-Talkie, Buntstifte, Fußball oder eine Fußballpumpe. Oder fünf Liter Benzinkanister. Also, wer da noch was hat, was die mitnehmen können, was sie gebrauchen können. Das Walkie-Talkie, mit dem du mich immer herzettierst, das geben wir denen schon mal mit. Du hörst auch gar nicht auf das Ding. Nein, deswegen geben wir es ja mit. Ja, okay. Machen wir es so. Jo, dann haben wir noch mal die Erinnerung an den Kunst- und Kulturkreis von Bockheide. Preis, nicht Kreis. Habe ich doch gesagt. Nein, du hast Kreis gesagt. Habe ich Preis gesagt. Ja, diskutieren nicht. Ich habe es gehört, die anderen auch. Okay. Bis zum 31. März bitte noch die Vorschläge in der Gemeinde Rodham-Armbrück einwerfen für den Kunst- und Kulturpreis, der am 30. April hier beim großen Maibaumfest verliehen wird. War das richtig so? Ja, fast. Wer ist dann schon anmeldet bei der Feuerwehr, ist dann schon mit dabei beim großen Berufsfeuerwehrwochenende mit ganz viel Spa-Action, guter Laune. Was noch? Spannung. Einsätze. Überraschung. Überraschung. Oder so. Oder so. Und schönes Wetter. Und du machst ein paar Fotos, ne? Und noch bestimmt. Und noch eine Info. In eigener Sache. Matze. Habe ich vergessen. Wir haben Geburtstag. Geburtstag. Ach, wir haben Geburtstag. Ja. Und zwar am 21. März. Wir beide. Das heißt, nicht wir beide. WNTV. Mit vier können wir doch wieder beim Lostanzen mitmachen. Mit vier können wir beim Lostanzen mitmachen. Vier Jahre. Und wir haben schon den Jungklub. Wir sind ja jung. Wir haben den Jungklub schon mal reserviert. Und mit vier Jahren. Am 21. Am 21. März. Samstag. Treffen wir uns da wieder. Wer uns dort begleiten will. Und mit uns feiern will. Kommt einfach vorbei. Aber da reden wir nochmal. Ab 15 Uhr mit der Schneeschaufel machen wir den Weg frei. Machen wir das Feuer schon mal an. So ist es. Und jetzt noch das Wetter, Matze. Ach, was soll man sagen. Es regnet. Und es regnet auch am Dienstag. Und danach hört es ein wenig auf zu regnen. Und zum Glück haben wir aber nicht so ein Wetter wie im Süden von Deutschland. Da sind ja mittlerweile im Allgäu schon die Skipisten gesperrt. Weil da nur noch Regen runterkommt. Und der Schnee auch schon gar nicht mehr so richtig auf den Pisten dort befahrbar ist. Das Problem haben wir überhaupt nicht hier mit dem Skifahren. Also wir können gar nicht Skifahren hier. Weil überhaupt kein Schnee liegt. Und die nächsten Tage. Vier Grad, fünf Grad tagsüber. Richtung Samstagnacht. Könnte es auch mal wieder Nachtfluss geben. Um die minus eins Grad. Minus ein Grad. Aber ansonsten halten wir einfach durch. Wenn wir rausgucken. Es bleibt grau. Aber die Tage werden länger. Das ist positiver, was wir aus diesem Wetter noch herausziehen. Kann. Es wird langsam heller. Und die Sonne schien. Und du hattest nicht recht mit der letzten Woche. Da war es doch nicht ganz so schlecht, das Wetter. Aber ich bin mir immer mit dem Schnee übrigens nicht ganz so sicher. Weil ich sehe ab und zu im Wald immer welche unterwegs sind. Schon mit Skistöckern unterwegs oder so. Das ist doch falsch. Was machen die da? Die lockern den Boden auf. Die haben auch keine Skier dabei, aber Skistöcker. Okay. Wir haben gerade keine Sportabteilung zur Zeit. Es geht jetzt am 18. Februar wieder los, wenn Fußball wieder ist. Wir haben noch Sportruhe. Genau. Winterruhe sind eh Winterferien. Viel Spaß euch übrigens bei den Winterferien. Und übrigens, wir verabschieden eine Borkheilerin nach Australien. Lea, komm gut rüber nach Australien. Halbes Jahr Au-pair. Alles Gute. Bis dahin. Und dann sehen wir uns im halben Jahr wieder. Genau. Und du weißt ja, wie du Neues aus Borkheiler erfährst. Einfach in Australien Borkheiler News TV anschalten. Das funktioniert dort nämlich auch mit YouTube. Da kannst du auch mal einen Leuten wieder zeigen, wo du herkommst. Und da kannst du ab und zu mal ein Video mit deinem Handy machen und uns das schicken. Das würden wir uns wünschen. Ja. So. Tschüss. Und jetzt. Ja, und das war es jetzt wieder bei Borkheiler News TV. Denn wir haben heute ganz wenig Zeit. Schöne Woche für euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Patze. Komm gut rum und nutze. Und tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017